Der Wintersportort Malbun im Fürstentum Lichtenstein ist der perfekte Ort, um nach einer vielleicht sogar jahrzehntelangen Pause wieder mit dem Skifahren zu beginnen. Sanfte Hänge, Schneesicherheit bis weit ins Frühjahr hinein, bestens erschlossene und perfekt präparierte Pisten und ein inspirierendes Gebirgspanorama mit sehr vielen Sonnenstunden sind die optimalen Grundlagen fürs Wiedereinsteigen. Die Schneesportschule Malbun bietet spezielle Kurse für Wiedereinsteiger an. Die Anmeldung erfolgt direkt im Skischulbüro in Malbun, wo man auch alle notwendigen Informationen zum Wiedereinsteigerkurs, zum benötigten Equipment und den Skibisten erhält. Und dann kann es schon losgehen. Nach der Begrüßung am Sammelplatz checkt der Skilehrer das noch vorhandene Können der Wiedereinsteiger, bespricht die gewünschten Ziele und legt danach das Übungsprogramm und vor allem jene Pisten fest, auf denen die jeweils optimalsten Übungsbedingungen gegeben sind. Abhängig vom vorhandenen Können und den angestrebten Zielen frischt der Skilehrer bei seinen Wiedereinsteiger-Schülern einfache Grundtechniken ebenso auf, wie er ihnen auch die hohe Kunst des Carvings vermitteln kann. Zwischendurch gibt es immer wieder sehr anschauliche Demonstrationen über eventuelle Fehler und über das, wie es richtig geht. Skifahren ist so wunderbar und kennt vor allem keine Altersgrenzen. Die Bewegung in der Natur, das Gefühl der Freiheit und der ultimative Gesundheitskick sprechen alleine schon für diesen Sport und für die Entscheidung, doch wieder mit dem Skifahren zu beginnen. Am besten schon in dieser Saison. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was dazugelernt und profitieren können von dieser Stunde. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder und dann dürft ihr auch gerne ins Büro gehen und dort eine Stunde für die Wiedereinsteiger buchen bei mir. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Vielleicht sehen wir uns noch die Woche an der Bar. Okay, danke. Tschüss. Macht's gut. Ciao.